Ja, mein Lieben, äh, wir haben noch eine BW Tukai 23 im Match, und zwar unser geliebter Romain, der jede Scheiß-Match gewinnt und seit 10.000 Jahren wahrscheinlich Champion bleiben wird, gegen, habt ihr richtig gesehen, Scheiß-Open. Und in der Zanadom-Arena, irgendwie kann man, nicht mehr wie in Tukai 23, äh 22, kann man jetzt das alles nicht mehr benutzen für alle Reden, irgendwie, diesen Zuschauer, sondern halt nur noch für Zanadom-Arena, ist schade. Huuu, huuuu, 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 er haben sich wieder die Leute aufgeregt, jetzt hier mit Cody Rhodes, Romainz hat mal wieder gewonnen, mein Tänz. Ach, Tui Kim, ey, ich habe meine App, ey, diese Scheiß-Handy-App. Naja, wir können sehen, ein bisschen schneller und saustet ewig. Und da kommt der Scheiß-Haufen. Oh, Moment, das ist ein richtig schöner Gegner. Mmh, jetzt geht's, Hapa. Ich gehö... 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 ich war schon mal im Studio... wegen anders zu sagen... Ist das nicht schön? Oh, Woman Man! Jetzt gibt's Hopper! Und auch nicht! Weil er sich irgendwie teleportieren kann! Natürlich! Man kennt's! Boah, ich fass mich hier nicht an meine äh... übergepiste Unterhose! Wann kann ich mal kontern? Hallo? Womens? Leute? Womens? Ist es Womens? Du kannst wieder keinen Angriff kontern? Schon erkennt ihr? Jetzt kontern ich mal? Wow! Oh! Ja! Das muss doch schon ehrlich sein! Aber es wird dann auch schon ehrlich sein! Ja! Oh! 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 Ich habe ein Signature, der kommt jetzt. Ja stimmt, da war ja was. Ja, natürlich. Ich habe ja vorhin in meiner Mikro eine Runde schon aufgenommen mit Super Cena gegen meinen Fleischwolf. Und da habe ich ja gesagt, die Gegner konnte dann immer den ersten Signature. Und man hat es heute perfekt gesehen. Ähm, der Drückertrück, was soll du? Reißer. Ich drück doch. Ja genau. Ja. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Jetzt fässt du mich wieder an der Eier. Ich fühle mich doch sehr schön, wie Roman Reigns schon eine einzelne Signature hat. Und das ist wieder meiner. Den ich jetzt auch abkriege. Das Signature? Ja cool, wie soll das blocken, wenn man jetzt aus seiner Stresse sieht? Also, irgendwie ist mein Dreieck kaputt. Habt ihr das schon wieder gesehen? Schon wieder. Es bleibt einfach stehen. Die Kacke, im wachsten Sinne des Wortes. Ich kann nichts machen. Ja, ich werde die Runde verlieren, ohne einmal mehr Finish-Shot zu machen. Weil ich kann nichts machen, das ist so home-wains. Ja, jetzt fahrt er wieder da, damit ich aufstehe und nicht blocken kann. Ich komm rin, ich komm rin. Kann ich jetzt bitte mal mein Signature machen, oder? Oder den Ohmenschler insten. Oh. Die Haare kann er waschen. Komm jetzt, woher wir... Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass er den Signature kommt? Ich glaube, er konnte er sich zu wünschen. Oh, 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 oh. Ich bin erstaunt. Jetzt gibt es Hapa. Hmm, jetzt gibt es eine Gesichtwäsche. Ja. Meine Macht. Ja. Kannst du mal angreifen erst mal? Bevor du... Die gleich... Ah. Der hat er nicht überstehen. Oh, was? Ey, ganz ehrlich, heirat doch deine scheiß Treppe. Renn mit dir. Oh, man weiß, keiner mag dich. Baby. Achso, der hat da ein Spier. Natürlich. Hör auf damit jetzt. Ja. So, ich habe es genug, Finisher. Was ist das? Warum ist der jetzt schon wieder in Gang? Oh, warum steht der hier schon wieder auf? Frisst das hier? Mmh, hat geschmeckt, oder warum wehens? Mmh. Jetzt. Du solltest den Finisher machen. Ja, ich frisst den nochmal. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ich versuche den mal einmal zu pinnen, weil er wird Widerstandsfähigkeit haben. Genau, hier sitzt er Widerstandsfähigkeit ein. Jetzt kann ich ihn finden. Aber erstmal will ich nochmal ein Finisher machen. Ach toll, jetzt habe ich... Warte mal. Jetzt habe ich drei, zwei miteinander in den gleichen Fischer gemacht, den ich machen wollte. Mensch, jetzt liegt ja da eine Seile. Das nicht. Na, wo bin ich, ne? Ich komme jetzt hierher, komm hierher. Komm. Jetzt gibt es Abendessen. Oh, wie bei WrestleMania bist du ohne deine Kumpanen nichts zu gebrauchen, oder was? Ja, schön gemacht, Moments. Schön, Moments. Oh, jetzt, ich verfinne schon, warte dir jetzt auch mehr mehr. Problem. Komm raus. Nup. Zum Glück sind die Bots dumm. Aus mir. Oh, ich muss kacken. Oh, ein Baseballschläger. Bläh. Mensch. Weiß nun gar nicht. Mensch, steh doch nicht immer auf. Jetzt konnte der wieder. Jetzt gibt's Hapa. Er, er kontert den Hapa. Türius kontert den Hapa. Warum soll der nicht den Hapa kontern? Ich muss ihn sagen, ich habe einen Pin, ich habe einen Pin ausgemacht. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder zu verlieren. Wie bei, mein Kampf gegen Superstina. Wo ich wegen scheiß Back verloren habe, weil ich einfach gedrücke, aber es geht nicht weiter. Moments. Gips. Jetzt gibt's Hapa. Denk dir einfach, es wäre Schokolade. Und schön auf der Leiter. Oh, schmeckt Moments. Schmeckt. Es ist Natur. Ich sag mal nicht, was ich denke. Ich hab nicht mal was gedrückt. Nein, nein, nein. Auch, nein. Mach kein Finischer, bitte. Ja, zumal geht raus. Meine Fress, was, wie viel Schrott will ich noch reinholen? Komm jetzt her. Oh, mein Mensch. Das war mein Signature. Eigentlich wieder mein Signature machen. Ey. Ob ich das einfach anfassen kann. Hui. Los springen. Was war dat? Ich hab mich nicht mehr mein Essen tritt. Böse. dieses netter binden einer zusammenwenden der treffen schon du hörst jetzt hier auf böse das und bleibt doch einfach mal im ring drinnen ist das nächste schrott weil ich meine falsche taus ich war die taus nicht eigentlich würde ich schon rennen und Ja, er blutet! Geil! Ich hab ihn nur so abgebissen! Oh woman, wait! Es gibt supper! Ich liebe den Manny Beclaw! Das ist einfach das perfekte Finish of Man Wessler! Oh, ohne den könnte ich ihn nicht erstellen! Darf mein Spiel zu können, eh, eh, Spekt of Zords 2011? Da könnte ich ihn nicht erstellen, weil da gab's kein Manny Beclaw! Bevor ich ihn jetzt spinne, will ich noch was probieren! Und set right into the corner! Oder eh, oder er konnte! Oder ich konnte! Wann los ist das Spaßbremse jetzt! Das geht bei dir schon einfach! Kein zu! Ich werde eh nochmal ne Runde mit meinem Chili da aufnehmen, deswegen... Ich könnte ja auch bei meinem Eis benutzen! Das wär aber schon komisch aussehen! Komm, und wenn sie wenden jetzt so! Ah, den Spiel muss noch wegmachen! Ich bleib doch mal liegen! Guck dir die Vs an! Hier! Das kriegst du jetzt zum Essen! Das ist! Nein! Das ist ein Fünscher! Ja! Nein! Mann! Spielverderer! Ja! Nein! Mann! Spielverderer! Diane! Hilfe! Unred! Fehl! Nein! Du hast geschlossen, ich muss einen drauf hingucken! Ich critique mich! Halt nicht in Ruhe! Prozent jetzt kommt jetzt wo wir jetzt jetzt frisst geht Prozent aber ich verstehe was man hält haben sie sagen wie das mit Sturm wie Lecker Muss ich das wieder auf Bafs entscheiden? Bis hierhin denkst du nur so, äh, dafür würde ich nicht bescheuert. Ja, das war nochmal ein zweites Match, wie gesagt, ich werde jetzt noch eine Runde MyWise aufnehmen. Und dann, ja, mal gucken. Dann habe ich erstmal wieder ein paar WWE Videos mal aufgenommen, jetzt so. Wie gesagt, kam die jetzt nicht zum Aufnehmen, deswegen... Nein.